Das Wichtigste an einem guten Barbecue, primär die Zeit, Zeit nehmen, kein Stress, entspannen. Das zweite, Produktauswahl, immer ordentliches Fleisch, schauen woher kommt das Fleisch, vielleicht aus der Region, vielleicht kennt man den Bauern, dann liegt man schon mal ganz weit vor. Ein ordentliches Pairing, also ein Barbecue allein bringt noch nichts. Das ist eine Getränkeauswahl, man kann einen schönen Mint-Julep machen, wir benutzen viel Makersmark für Marinaden etc. Dieses ganze Pairing, dass das Ganze außenrum stimmt, das ist wichtig. Und ansonsten, was kommt noch dazu? Gute Laune kommt dann von ganz allein über die Atmosphäre, über den Freundeskreis, das ist es. Ich habe einen Laden in Berlin-Mitte, der heißt Chicago Williams Barbecue, der ist in der Hannoverischen Straße. Es ist zwischen Friedrichstadt-Palast und Charité. Sieben Tage offen, 17 Uhr bis um 1 Uhr. Und ja, kann man immer kommen, gibt es immer was zu essen, immer was Leckeres zu trinken. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.